Heute verrate ich dir meine fünf größten Learnings aus dem Buch Ready, Fire, Aim von 0 auf 100 Millionen in kürzester Zeit und ich würde sagen, dass wir direkt in das Video reinspringen. Learning Nummer 1. Für eine Million Jahresumsatz brauchst du nur ein attraktives Angebot. Die richtige Angebotsentwicklung hat Michael von seinem damaligen Chef gelernt und zwar statt selber herauszufinden, welches Angebot funktionieren könnte, hat der sich immer angeschaut, welche Angebote im Markt bereits funktionieren, hat sich eins rausgepickt und das hat er besser gemacht. Wie kann man jetzt ein Angebot besser machen? In verschiedenen Dimensionen, egal ob schnellere Ergebnisse, höhere Individualität, besserer Service, mehr Komfort, günstigerer Preis oder auch eine bessere Garantie. Und am Ende haben die beiden genau das gemacht, haben sich ein Angebot gepickt und sind mit einem hohen Discount in den Markt gegangen und gestartet. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass sie innerhalb kürzester Zeit von 0 auf 1 Million Jahresumsatz gewachsen sind, denn wenn du 50% günstiger bist als alle anderen Anbieter zu einem gleichen Thema, dann gewinnst du natürlich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Kundinnen und Kunden. Learning Nummer 2. Finde die eine optimale Sales-Strategie für dein Angebot. Michael hatte ganz lange Schwierigkeiten, seinen Beratungsservice erfolgreich zu verkaufen, hat alle möglichen Strategien ausprobiert, aber es wollte nicht so richtig ins Laufen kommen. Heute hat er mehr Kunden, als er bedienen kann und zwar war das Geheimnis, dass er dran geblieben ist und dass er am Ende immer weiter getestet hat, immer verschiedene Strategien auch ausprobiert hat, bis er die eine optimale Strategie für sich gefunden hat. Das kann bedeuten, dass die Sales-Strategie auch ähnlich ist zu deinen Wettbewerbern, aber du solltest dich unbedingt in einer Dimension signifikant unterscheiden. Das kann ein komplett anderer Kanal sein, ein anderer Marketing-Kanal sein, das kann wirklich ein anderes USP sein oder das kann natürlich auch ein anderer Preispunkt sein. Auf dem Weg auf eine Million Jahresumsatz geht es aber wirklich darum, diese eine stabile, verlässliche Sales-Strategie zu finden, die dir wirklich planbar neue Kundinnen und Kunden bringt. Learning Nummer 3. Der Schlüssel, um von einer Million auf zehn Millionen zu wachsen, sind viele neue Angebote. Michael und sein Chef haben relativ schnell die eine Million Jahresumsatz geknackt, doch dann brachen die Verkäufe ein und sie haben ein Plateau erreicht. Und statt nach einer neuen Zielgruppe jetzt zu schauen, entschied sich der Chef für ein neues Angebot für die gleiche Zielgruppe, aber mit einem anderen Thema. Michael war skeptisch, er hat nicht daran geglaubt, dass das das Problem lösen würde. Sechs Monate später sollte sein Chef aber recht behalten, denn das neue Angebot mit der gleichen Zielgruppe war deutlich erfolgreicher als das erste Angebot. Und dadurch haben sie ihre Erfolgsformel entwickelt und haben angefangen, wirklich jedes Quartal ein neues Angebot zu launchen. Und das hat am Ende dazu geführt, dass sie wirklich innerhalb von zwölf Monaten auf vier Millionen gewachsen sind und sechs Jahre später auf über 20 Millionen gewachsen sind. Das bedeutet, das Geheimnis, um von einer Million auf zehn Millionen zu wachsen, liegt wirklich in der Geschwindigkeit der neuen Angebotsentwicklung und dem erfolgreichen Verkauf dieser neuen Angebote. Learning Nummer vier, du musst unbedingt den Unterschied zwischen Frontend und Backend Marketing kennen. Ein paar Jahre später hat Michael für eine andere Firma gearbeitet, die bei acht Millionen Jahresumsatz ihr Plateau erreicht haben und wollten unbedingt auf zehn Millionen wachsen. Michael hat sich dieser Challenge angenommen und sechs Jahre später hat die gleiche Firma über 80 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und Michael hat gesagt, dass zwei Faktoren dabei immens wichtig waren. Zum einen haben sie sich darauf konzentriert, neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen durch neue Angebote, die noch nie gekauft hatten, durch sogenanntes Frontend Marketing. Und dann haben sie sich darauf konzentriert, den Customer Lifetime Value, also den Umsatz pro Kunden zu erhöhen, durch Angebote an die Bestandskunden, durch sogenanntes Backend Marketing. Diese Unterscheidung zwischen Frontend und Backend Marketing ist immens wichtig als Unternehmer, denn im Frontend Marketing versuchen wir nur, neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen, die noch nie gekauft haben. Und im Backend Marketing geht es dann am Ende darum, wirklich Gewinn zu erzielen und sein Profit zu machen durch die Bestandskunden und das sogenannte Backend Marketing. Wenn du dieses Konzept verstanden hast, dann hast du wirklich mehr verstanden als 99% der Unternehmer da draußen, weil viele nie über dieses Konzept stolpern. Learning Nummer 5, wie du ein 100 Millionen Euro Unternehmen richtig steuerst. Wahrscheinlich nicht das Thema, was für jeden Morgen relevant sein wird, aber trotzdem fand ich das Kapitel extrem spannend, denn Michael ist immer wieder in das gleiche Problem geschlittert. Wenn er am Ende mit seinen Unternehmen zu schnell gewachsen ist, hatte er am Ende zu viele Manager, die an ihn reported haben und er hatte keine Zeit mehr und ist in keiner Form hinterhergekommen. Egal, ob es der Marketing Manager, der Sales Manager, der Finance Manager oder auch ein Webdesigner war, alle sind am Ende auf ihn zugekommen und wollten seine Meinung, wollten gewisse Sachen abgesegnet haben. Und statt seine Organisation jetzt wirklich nach den klassischen Organisationsbereichen aufzubauen und völlig überladen zu sein, ist Michael irgendwann auf die Idee gekommen, seine Unternehmen nach Profit-Centern zu strukturieren. Am Ende bedeutet das eigentlich nur, dass er sein Unternehmen nach Angeboten und Produkten strukturiert hat und da jeweils einen Manager draufgesetzt hat. Und das war natürlich ein Geniestreich, weil natürlich eine Firma nicht unendlich Angebote hat, sondern jedes Profit-Center dann darunter die anderen Manager hatte und er am Ende wirklich nur noch eine Handvoll von Leuten hatten, die am Ende direkt an ihn reported haben. Ich fand dieses Kapitel extrem spannend, weil es nochmal eine ganz andere Sichtweise gebracht hat, wie man auch sein Unternehmen aufteilen kann. Und insofern, wenn du mit deinem Unternehmen rasant wächst, kannst du dir das Kapitel nochmal anschauen, dass du vielleicht deine Organisation direkt nach Profit-Centern strukturierst. Das waren meine fünf größten Learnings aus dem Buch Ready, Fire, Aim von Michael Masterson. Absolute Leseempfehlung, wenn noch nicht gelesen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich extrem über ein Like von dir freuen. Wenn du keine Buchzusammenfassung in der Zukunft verpassen willst, dann lass gerne ein Abo da. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.